Am 14. Spieltag trifft Augsburg als Tabellenzehnter auf den Tabellenachten. Soweit so unspektakulär. Doch es wird ein ganz besonderes Spiel am Samstag in der Hauptstadt. Trainer Markus Weinzierl trifft zum ersten Mal auf seinen Vorgänger beim FCA Jos Luhukai. Aufgeregt? Nein, ich finde es ist ein interessantes Spiel, ein wichtiges Spiel auch für uns. Wir wollen auswärts jetzt bestätigen, was wir zu Hause gezeigt haben. Und für uns sind es natürlich drei wichtige Punkte gegen Hertha BSC und nicht gegen Jos Luhukai. Bei der Hertha spielen auch drei alte Kameraden der FCA-Spieler. Sebastian Langkamp, Hajime Hosogai und Marcelen Ceng. Einer, der diese Spieler gut kennt, ist Tobi Werner. Er freut sich auf Samstag. Wir haben ja einige Kollegen jetzt da oben. Nichtsdestotrotz, es ist ein ganz normales Bundesligaspiel. Wir wollen auch endlich auswärts mal wieder gewinnen. Dazu sind wir absolut in der Lage, weil wir wirklich in einer starken Verfassung sind. Und wir hoffen natürlich, da unsere Ex-Kollegen ein bisschen zu ärgern. Ist es also ein Vorteil, auch den Trainer der gegnerischen Mannschaft sehr gut zu kennen? Ja, ich glaube schon, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Die Berliner spielen ein sehr hohes Angriffskursing, sehr offensiv, vor allem zu Hause. Haben unglücklich die Woche gegen Leverkusen verloren. Also wir wissen schon, was auf uns aufkommt. Aber unser Trainer wird uns auch wieder top einstellen. Wir werden mit einer guten, kompakten Leistung da auftreten. Und dann, wie gesagt, hoffen, dass wir Berlin was mitnehmen können. Wie schwer wird es also gegen die Hertha in der Hauptstadt? Wir können an ihnen vorbeiziehen. Das ist das Ziel. Aber sie haben Qualität in der Offensive. In der Defensive stehen sie kompakt. Und gerade zu Hause sehr erfolgreich und diszipliniert. Von daher wird es eine hohe Auswärtshürde. Aber keine unmögliche. Denn die Augsburger sind richtig heiß darauf, Jos Lohukai zu zeigen, wie gut sie spielen.